So, ich muss dir passend, dass du einmal hier einstimmst, einmal da eine Unterschrift? Eventuell mal? Fütterst du noch ein bisschen? Ein bisschen ne? Mach's noch mal kurz an, 2 Sekunden und dann ist es fertig. Und dann können wir lecker Eis essen. Und da auch? Soll ich nochmal 2-3 Sekunden und fertig. Jetzt haben wir 2 Stufe 4. Das ist nochmal schön verwirrt, oder? Ja. Fertig. Zeig mal. Und das schmeckt. Das schmeckt, sag ich dir. Lecker, sag ich dir. Bombastisch.